Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Unravel. Ja. Ich hoffe, wir kriegen das Gebacken. So, jetzt müssen wir erstmal das Ding hier ganz schnell wieder rüber bringen. So. Ja, da kommen wir ja jetzt so hoch. Genau, da kommen wir hoch. So, krabbeln. Ja, die Ketten habe ich auch. So, krabbeln. Zack, hoch, drüber. So, fertig ist das. Ich glaube, wir haben es jetzt gleich geschafft. Könntest du jetzt endlich den Knoten machen? Dankeschön. Na, komm, 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 komm. So, achso, ich muss da auch noch den Knoten machen. Und jetzt aber, komm, 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 komm Was er jetzt für einen Zweck kommt, das weiß ich jetzt nicht. Okay, hoch kann ich nicht. Okay. Kann ich den denn auch, ich kann die auch nach hier ziehen. Weil hier macht das ja eigentlich mehr Sinn. Ich muss mal wieder hier mein Band einsammeln. Ja. Mhm. Okay. Aber da drinnen ist noch was. Wo wir gerade jetzt nicht rankommen. Aber muss ja. So, jetzt kann man den nämlich zack und ziehen. Hm. Womit wir jetzt ein bisschen Band sparen, gehe ich jetzt hier wieder hoch. Hallo. Gehst du? Gehst du wohl hoch? Mach da nicht. Muss ja. Muss ja. Aber es geht gar nicht anders. Da reicht doch. Ich weiß nicht ob ich den brauche. Ne. Kann ich nichts mit anfangen. Mal weiter. Ach. Es sieht schon nicht mehr so. Ich weiß nicht. Ich... Was ist los? Oh, wir sind fertig. Eine Spinner. Jetzt haben wir nur noch ein Bild vor uns. Ohne. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Hm, hm. okay das ist anscheinend beabsichtigt wie viel ist genug ach so das sind das sind zwei level also in einem also das ist ein level in zwei bildern aufgeteilt jetzt kommt da wahrscheinlich die stelle wo wir die krähe also oder den raben halt verfolgen dieses ding wieder zu kriegen ja ich weiß du hast angst und dir ist kalt und die dose blöde vogel wegen der müssen wir jetzt hier nochmal lang oh oh Das war nicht gut. Hallo? Warum hat er denn jetzt die Wand nicht genommen? Jetzt hat er es auf jeden Fall. Nee. Das wird nichts. Das wird so nichts. Das wird so nichts. Oh, knap, knap, knap. Ach, mein Gott, ey, das ist... Langsam ist das echt nicht mehr schön. Ich glaube, ich muss das da festfinden. Oh. Okay, das war ein bisschen... Zu lang. Ach, Mann. Oh, Konzentration bitte, ey. Jump and run. Hm. So. Boah. 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 Okay. Boah. Was hätte denn da jetzt passieren sollen, bitte? Ich versteh's nicht. Was hätte da jetzt... Das war Ende. Da. Und warum hält er sich dann jetzt nicht mehr fest? Ich versteh das nicht. Ich lass nur einmal kurz los und er hält sich überhaupt nicht mehr fest. Da und jetzt... Was soll jetzt passieren? Aha. Okay. Nein! Was? Was war das denn jetzt? Leute, ich krieg langsam Wut. Irgendwie will mich das Spiel ärgern. Ja. Ja, leck mich doch, ey. So, jetzt gehe ich in Sicherheit. Ich bin in Sicherheit gegangen, ich habe die Schnauze jetzt aber auch gestrichen voll, ey. Wenn ich jetzt von einem Stein erschlagen werde, ne? Ihhh, Kakerlaken, lass mich raten, ich darf nicht nach unten gehen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, nein, nein. Ich komme hier nicht wieder hoch. Da, ich komme nicht, ich komme nicht dahin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ich kann da oben hochgehen. Ich weiß nicht, wie ich gehen soll. Oh Gott, die Viecher sind voll ekelhaft, ey. Huchala, jetzt habe ich gerade eine Verzögerung hier drin gehabt. Ich komme. Ich komme. Es muss ja eine Erklärung geben. Soll es das eine Erklärung geben, wenn es eine Erklärung geben wird, Ich komme nicht weit. Bis dahin gehe ich dann kaputt. Das ist ekelhaft, ey. Ich weiß nicht, wie ich jetzt hier weiterkommen soll. Das Problem ist, ich komme da allgemein nicht weiter. Weil, ähm... Ja, ich komme nicht weiter. Ja, was ist ja eigenartig. Das hat irgendwas mit der Lampe hier zu tun. Ja. 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 Wahr. Ja. 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 jetzt kriege ich ja es war eigentlich perfekt aber ich hätte die lampe da nicht runterholen dürfen ich bezweifle dass es darum in dem spiel geht jetzt gerade und dann bin ich ja schon sofort tot ich weiß nicht wie ich es sonst machen soll ich kann mir höchstens vorstellen dass es einen grund gibt warum da dieser schreibtisch stuhl halt existiert mhm Okay. Was ist das denn für ein Ding? Ach so, und ich muss dann da so drüber, genau. Wunderbar. Ach du blöder Vogel, ey. Na gut, Leute, ich muss eh Schluss machen. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal.